Und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Skyrim in hübsch. Und mir fällt ein, äh mir fällt auf, ach wir haben schon einen richtigen Bogen. Aber der macht irgendwie keinen Magie Schaden mehr. Das finde ich irgendwie schade. Ich weiß nicht warum. Jetzt fänden wir einen Kug mitnehmen, Todelshell, wenn wir mitnehmen, aber keinen Kug. Schade, dass man die Grippe nicht mitnehmen kann. Naja. So, da liegt eine verwiesende Leiche. Das ist eigentlich schon mal überhaupt nichts Gutes. Aber es sieht so aus, als sei hier alles frei. Nein, erst mal zu der Leiche. 75 Gold. Der Tempel macht mich ja reich. Doch ein super Tempel. Okay, vielleicht habe ich die Ansicht gegen die Göttin da etwas. Ich habe voreilig getroffen. Aber wer weiß, was die nachher mit mir macht. Ich habe jetzt schon 1500 Gold. Das ist richtig, richtig viel. So, hier haben wir auch nichts. Hier haben wir auch nichts. Aha. Mal wieder steht. Scheiße. Ähm. Stopp. Äh. Hallo? Tja! Und... Hallo! Wow! Da hat mich ja jemand... Objekte, Objekte, Objekte... Ähm... Tank der kleinen Heilung. Feuererstands... Ausdauer... Tank der Heilung. Noch ein. Aua! Okay. Ich hätte vielleicht vorher nochmal speichern sollen. Das war nicht so ganz klug, was ich da gemacht habe. Oder? Ich weiß noch nicht mal, wo ich jetzt hier wieder bin. Ah, jetzt weiß ich wieder. Gut. Versuchen wir das Ganze nochmal. Und zwar diesmal... Geld einsammeln. Oh! Hier unten liegt auch noch ein bisschen Gold rum. Soll ich einmal aktivieren. Einmal das Ding einsammeln. Hallo! Und dann, ähm... Wie machen wir das jetzt? Dass wir uns nicht sehen. Denn, ähm, das wäre ja schon... sehr gut, dass wir uns nicht sehen. Ha! Das ist doch schon mal schön. Aua! Aua! Jetzt, ähm, müssen wir die Objekte rausholen. Würde ich mal sagen. Äh... Unge, das schwert der Kind. Und... So... Hallo! Aua! Wieso? Was hat er jetzt mit mir gemacht? Ja, super. Und ich habe wieder nicht gespeichert. Ah! Aua! Nochmal von neu machen. Einmal laufen. So, einmal schön. Geld nehmen. Dem das Geld aufnehmen. Leiche durch die Gegend schützen. Und man das mit dem Goldstück anzukommen. Und Sockel aktivieren. Den ausrauben. Speichern. Äh... Nehmen wir mal halt das Ding. Zack! Hallo? So... Habe ich noch mal vier? Guck mal. Guck mal. So... So... Hm... Hm... Erstes Mal... Erda. So... Dann... Erda. Hallo? So... Dann er da? Hallo? Hold' audio... Oh... Oh? Stopp! 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 Oh! Oh! So, das war, naja, scheiße. Ich muss die irgendwie voneinander trennen. Ich weiß allerdings nicht genau, wie. Die wähle ich immer. Habe ich irgendwas dafür? Magie? Die Stimme des Kaisers. Schwogenes Schwert. Oh, ja. Unerwittliche Macht. Gut. Das können wir doch auch mal aussprechen. Das können wir doch auch mal aussprechen. Und... Fuss runter! Aua! So, stopp. Objekte. Ähm... Ja. Jetzt müssen wir einfach mal das schickere Schwert nehmen. So. Ah, ich kann da nicht mehr raus. Ah, schön zu wissen. Super. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Um ehrlich zu sein. Also, als erstes... Ich weiß nicht, auf wen ich als erstes gehen soll. Und ich weiß nicht, was gegen diese Typen gut ist. Das ist noch schlimmer. Kann ich das vielleicht so machen? Oh. Die Fallen. Vielleicht zwinge ich jetzt nicht. Das ist, glaube ich, eher weniger. Okay. Die haben mich gesehen. Aua! Was? Der hat mich mit zweifach mal weggemacht? Wie soll ich das denn machen? Ich weiß es nicht. Wie soll ich das machen? Und... Trank wegen Frostresisten... Resisten... Resisten... Habe ich das vielleicht? Objekte... Trank der Stärke... Frostgift... Das... Gesundheit, Ausdauer... Ein Gift der Ausdauer... Ein Gift der Furcht... Lösung der Stärke, nein, Wundertrank der Gesundheit, Wundertrunk der Magieresistenz, ja, Wundertrunk der Auster, Feierresistenz, Flüchtige Unsichtbarkeit, das wäre auch geil, Zaubertrunk der Gringensz, ja, ja, Krank der Kleinhaltung, Krankheitsheilung, Regeneration, Stärkeveränderung, Wasseratmung, Zauberstand der Zerstörung, Beschwörungsheilens, Scharmützels, Apfenschutz, okay. Ich habe keine Ahnung davon, dass sie mehr so eine Frage ist. Hallo, stopp, Pjekte. Dachentum, 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 Dachent gut ja, nehmen wir mal das so dann genau dann nehmen wir mal ein bisschen was haben wir denn wir brauchten so einen Flammenmonar Stimme des Kaisers ja, leichter Schutz Kerzenschein Helmut äh, Ziele wird 60 unterhält, einen kleinen Bonus auf Heilung, ne, Funken äh, Frostbiss, nein Feuerarten Feuerarten Aua! Böse! So, Objekte Zaubertrank der Gesundheit nein Aua! der kleinen Heilung So Jetzt äh Ja Feuerarten Feuerarten Gut Versuchen wir es eigentlich Ja, schön Ah Scheiße Oh Der hat mich voll getroffen Wie Kriege ich diesen Scheiß da hin Wie? Naja, das seht ihr wahrscheinlich in der nächsten Folge, denn ich mach jetzt einfach mal Schluss und sage Bis zum nächsten Mal Hau rein! Hau rein! Hau rein!